hallo und hallo herzlich willkommen zu dieses neue let's play projekt von mir bett los angeles ja für den kinofilm kennt weiß ja worum es geht und beginnen wir natürlich die kampagne schwierig spielen wir noch mal erst mal eher gesagt ich bin noch mal und ich bin noch mal wieder das ist das ist es gibt es gibt es gibt die 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 weil die mit w we die 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 hier werden die 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 und in das Herz. Und niemand braucht einen Arsenaal, um ein paar Spacerecken zu entfernen. Wir analysieren den Film von den folgenden Objekten und ihren Trajektorien von Satelliten. Diese Objekte werden ständig schlafen bevor es den Impacten mit der Flüge des Wetter. Ich denke, die Implikationen von diesem sind ziemlich klar. Ja, sie waren klar, alles gut. Wir waren unter Invasion. Das war nicht das Taliband. Phase 2, wir hatten drei Stunden. Drei Stunden, um die Sivvies zu holen, in der Polizei in Santa Monica. Wir mussten in und rauskommen, bevor unsere Zähne verabschieden die Region zurück nach der Stone Age. Es ist leicht zu sagen als zu tun. Es waren nur ein paar von uns. Staff Sergeant Nance, der selben Zeitpunkt mit einer schlechten Reputation, und der Persönlichkeit zu matchen. Ein Mann konnte, wenn alles zu sagen und zu tun, wir würden die Tide des Wettbewerb. Wir sind fast da! Los! Dann geht's! man wird auf die Schleifte ein noch mal! Das ist das, jetzt, wir sind nicht Ernsthaft! Das ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Du musst das Recken aus dieser Rennen. Wir müssen die Rennen rein, wir sind versteckt. dort ist das eine Rennen. Okay, los geht's! Der Rennen! Los geht's! Los geht's! Los geht's! so jetzt sind wir in game muss direkt noch mal einstellungen machen die maus ist aber wirklich sensibel eingestellt ich kann es ja gar nicht zurückstellen oder was ja die extremst dann müsste das so gehen ich kenne das spiel übrigens noch gar nicht ja immer noch extrem aber egal kann man sich gewöhnen so klettern wir mal hier hoch und treten mal den alien in den arsch also ich hatte mal gedacht dass es dieses spiel gibt es nur für die konsolen aber anscheinend gibt es wohl jetzt auch so gehen wir jetzt mal direkt los hmm Hmm. Lol. So kann ich nicht spielen. Die Maus ist ja immer noch extrem sensibel. Aber auf das Extremste. Zoom ist eh okay. Das ist zu sensibel, die Maus. Ich wollte nur sagen, ihr könnt euch sogar noch auf ein weiteres Projekt freuen. Nämlich der Herr der Rügel. Lego. Ja, so ist gut. Geht's together, Marines. Watch your flanks. Wir sind in der Battlezone. Get to cover Suppressing fire Ja Neulichst mal den Film gesehen und ich finde ihn ziemlich geil Und da hatte ich eigentlich vor Und mal das Spiel zu Let's Play Und was ich auch tun werde Also auf schwer werde ich schon längst verreckt Vernichtung Nein, noch nicht so okay Muss die Steuerung umstellen Na ja Zoomen Nach der Taste Die ist noch nicht mal belegt Annehmen So Zurück Los geht's Naja Dieses Projekt wird glaube ich Glaube ich nicht so Schlange dauern Schick'em all down Dammit Ich habe das Flach Oh Gott, ich bin gleich tot. Wie peinlich. Ich frage mich, wen wir aus den Filmen spielen. Na komm. Entschuldige, dass ich nicht so viel rede, aber... Es ist schon relativ spät und ich möchte hier nicht ungerne... ...jemanden stören beim Schlafen. Oh, ist ja auch verständlich. Stürb. Wie, schon tot? Loll. Das war ja jetzt ein bisschen unerwartet, dass ich da schon so verliere. Naja. Ist nicht so toll gewesen. Naja, egal. So. So. Dann müssen wir das halt wohl nochmal spielen. Ich hätte mal auf leicht stellen sollen. Los geht's. Was? Das Viech noch töten. Das Aiken. Ist das so unsterblich oder was ist das? Klasse. Ich verreck schon wieder gleich. Also für Nahkampf sind die nicht geeignet. Ne, ne, ganz und gar nicht. Ne, ganz und gar nicht. Na komm. Noch eins. Mal. 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 Also dieses Vieh, das ist auch intelligent. Und. Also das war jetzt ein bisschen mühsam, aber ganz ehrlich hier, ne. Naja. Egal. Los geht's, gehen wir weiter. Oh, einer ist verreckt leider. wenn ich so so das leckt ja auch wie hulle naja ich hoffe mein hauptprojekt leckt nicht so das ist nicht mein hauptprojekt herr der ringe lego ist mein hauptprojekt ziel reicht tex sergeant santos air force 61st wing intel unit the rest are national guard what happened to you tech sergeant i was part of a five-man team working on signal intel tracking enemy transmissions we got onto some massive rf signals then they nailed us i'm the only one who got away i assume you're ready to use that weapon tech sergeant i did a tour with a joint unit in afghanistan staff sergeant so yes i'm ready to get some payment be careful with your radio staff sergeant ten minutes ago we called headquarters you see what happened aliens rush to our location like hungry dogs thanks for the information you want to join our unit right into the police station to evacuate civilians no staff sergeant we'll stay here take care of the wounded and wait for the chopper do you need help negative staff sergeant good luck hey you all right i'm here ja 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 jetzt haben wir wieder eine neue dazu bekommen dafür jetzt hm stop 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 Stöp, euer Wasser sauf in den Ratten. Ihr... Juden. Oder was ihr immer seid. Da auch noch. Oha. Ich kann da nicht rüberspringen. Das ist ja auch unfair. Also bisher bin ich da jetzt. Macht hier ziemlich einen Spaß, das Spiel. Oh, ich hab nicht mehr viel Munition. Armer Kerl. Ich muss unbedingt die Grafik runterballern. Äh. Hm. Da, das ist schön. Oh gut, endlich wieder Munition. Äh. Also diese Szene ist ganz am Anfang des Films gewesen. Da wäre ich ja niemals rausgekommen, wenn man hier reinfallen würde. Äh. Ja. Äh. Äh. Ähm. 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 Los, vernichten. Los geht's. Soviel ich weiß, wir müssen zu diesen roten Punkten. So, ich habe das Spiel vorher noch nicht einmal gezockt, also deswegen weiß ich nicht, was ich da machen muss oder was ich... Anscheinend Sniper-Part. Ich würde gerne eine Granate werfen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Naja. Da gucke ich mal eben nach, wie man eine Granate wirft und man kann nicht speichern. Steuerung. Ähm, 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 ähm. Rennen. Granate, G, okay. Geh eine Granate werfen. Ist in Ordnung. Weiß ich Bescheid. Ach, da ist auch noch eine. Genau. Los. Hm. Wann geht ihr alle rückwärts? Na ja. Ich hoffe, wir verreckten mich schon wieder. wir gehen aber schnell kaputt cool schon wieder zu ende schweißer schweißer Bogen Sie? We need to reach the entrance before that thing comes back! Hahahaha Ich weiß nicht. ... oder wir haben uns ein paar Bürger aus der Station von der Polizei. Aber mit den Aliens kontrollieren die Skälen, es gab keine Ahnung wir werden mit dem aus. Wir brauchen ein bisschen Transport oder wir können nie es auswählen. Ein von unseren Kollegen hat eine der Stadt und haben uns fuhr gut, und wir haben uns auf Santa Monica gelegt und wie schnell als wir können. Als wir die Flügel sehen, wir waren endlich aus der ZDF. Aber wir waren falsch. Die A-units werden uns finden. Wir werden es nicht wegnehmen! Das Attitut wird sicher sein. Wir werden bald in der Klairs bleiben. Schau mal, die Freude ist blockiert. Es gibt eine Kampf. Ich habe gesagt, aber es gibt keine Weise, dass es so einfach wäre. Quiet! Start den Busch! Harris! Take the civilians out! Sanchos, Imle! Follow me! Hm. Hm. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Oder ist schon wieder so extrem lange Ladezeiten? Für die Vki OP. Boah, zuerst keinen98l. Voll. Das ist super. U-US-US-US-US-US-US-US-US-US-US zu amphibeln. verschiedene machen wir jetzt mal alle kaputt in Ordnung weiter 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 Ja, ja. Was? Oha. Oha. Frank is hard, take it out. Blocking our strongholds, keys back for you. Starry! We lost courage! No! Warum habe ich eigentlich keine Mutti, meinen Scharschützen nicht mehr? Also das spiel geht doch schnell durch Ja Los! Wir können nicht aufhören, Leute! Wir können nicht aufhören, Leute! Los geht's! Wir können nicht aufhören, Leute! Untertitelung des ZDF, 2020